Ich weiß, ich komme wahrscheinlich super hobbylos rüber, aber wir ranken jetzt einfach Häuser, weil ich interessiere mich so sehr für Architektur. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schön, eine 8. Oh, ich wollte eigentlich auf 8 drücken. Egal, ich finde das auch nicht so schön, aber es ist schöner als das andere, deswegen 6. Yes, das finde ich auch nicht so schön, aber der Platz ist schön, also wo das steht. Wisst ihr, was ich meine? Alter, das finde ich ganz hässlich, eine 8. Hä, warum finde ich alles so hässlich gerade? Habe ich zu hohe Ansprüche? Ich finde das halt auch nicht so schön, aber ich finde das schöner als die anderen Sachen. Leute, ich finde so viele... Ich würde gerne sagen, dass ich es schön finde, aber ich finde es halt echt nicht schön. Leute, wenn ich viel Geld hätte, ich würde mir... Nein, das ist eine 10, das ist eine 10. Was ich sagen wollte, wenn ich viel Geld hätte, ich würde... Bitte, ich will eine 11 haben, ich kann es nur auf die 3 setzen. Hä? Wollen die mich kommen? Aber das finde ich schön, also eigentlich auch nicht so richtig, aber schön.